In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 26. Januar, fand Royal Rumble statt. World Wrestling Entertainment's erster Auftakt zur Road to WrestleMania Tour. Und der Royal Rumble ist immer eine sehr prestigeträchtige Veranstaltung mit dem 30-Mann-Royal-Rumble-Match, meistens jedenfalls. Und der Sieger davon wird zu WrestleMania reisen und um den größten Titel antreten gegen den Champion. Und deswegen, ich freue mich immer auf den Rumble. Er kreiert immer einen gewissen Hype, selbst wenn die Card mal nicht so gut aussieht. Aber WWE gibt sich schon gerade beim Rumble noch Mühe, ihn besonders wirken zu lassen. Und so auch hier. Er fand in einem großen Stadion statt in Houston, Texas vor rund 40.000, 50.000 Zuschauer. Und da kann ich gleich schon mal sagen, dass dieses Setting alleine schon eine große Auswirkung hat auf die gesamte Show. Oder jedenfalls kann das eine Auswirkung haben. Denn in einem Stadion kann es entweder total laut werden oder eben total ruhig sein. Und eben aufgrund der Größe halt alles ein bisschen eingedämpfter sein, weil ja die Sprechchöre und so weiter nicht so komprimiert sind auf einen Haufen. Und deswegen kann sich das manchmal ein bisschen komisch anhören. Entweder zu leise oder zu laut, je nachdem wie die Fans reagieren. Und alleine das macht schon irgendwie einen ganz großen Unterschied aus, wie eine Show wirkt. Das wollte ich jetzt einfach nur mal so gesagt haben. Die Fans waren durchweg sehr, sehr gut dabei. Und gerade im Rumble-Match. Aber dazu komme ich gleich. Und der Entrance-Bereich, den würde ich auch noch mal kurz ansprechen. Der war der beste Entrance-Bereich von WWE seit ein paar Monaten. Denn es gab nicht mehr wirklich einen. Es gab keine Rampe. Es gab auch kein großes Set, sondern einfach nur der Schriftzug mit den jeweiligen Wrestlern, also die Grafiken. So ganz minimalistisch. Und sie kamen halt quasi wie aus dem Publikum raus. Und das fand ich dann doch ziemlich cool. Also, weil ich mag dieses große Setting von Raw und SmackDown nicht. Alles sieht so gleich aus. Und hier wirkte das eben einfach ein bisschen anders. Wie so eine Show aus dem Madison Square Garden. Damals hat man auch keinen großen Eingang gebraucht. Fand ich cool. Das Setting schon mal top. Und ja, kommen wir zur eigentlichen Großveranstaltung. Das erste Match war ein False Count Anywhere-Match zwischen King Corbin und Roman Reigns. Ich mochte die Fäde nicht. Die ist absolut beschissen. Baron Corbin, was man mit so einem talentfreien Typen anfangen kann, in welchen Himmel er gelobt wird. Das ist schon, beziehungsweise gehoben wird, nicht gelobt. Das ist schon, wow, aller Ehren wert für WWE, dass sie auch scheiße Gold machen können. Und ich bin trotzdem kein Fan. Ja, die Fäde ging viel zu lange. Viel zu viele Einmischungen von die Usos und Dolph Ziggler und Robert Root hat mir nicht gefallen. Und auch die Match-Ansetzung ein False Count Anywhere, nur weil es in einem Stadion stattfindet. Jedenfalls, das war die Begründung von Roman Reigns in SmackDown. Fand ich alles ziemlich lächerlich bis unlogisch und unkonsequent. Ja, aber wie ich es schon bei meinem Recap erwähnt habe, das Match könnte ja gut werden. Denn normalerweise sind False Count Anywhere-Matches immer recht unterhaltsam. Und so war das auch hier recht unterhaltsam. Denn, ja, die haben beide nicht lange gefackelt und durch die Zuschauerringe haben sie sich geprügelt. Baron Corbin hat Roman Reigns mitten im Jokeslam durch einen Tisch, beziehungsweise durch einen Kommentatorenpult befördert. Roman Reigns hat sich da revanchiert und hat ihn mit einem Samoan Drop durch gleich zwei Tische befördert. Es gab einen Jump von den Usos, von einem Gerüst. Ich weiß jetzt nicht, wer das gewesen ist. Und natürlich haben sich die Usos und Robert Root und Dolph Ziggler eingemischt. Das war zu erwarten. Damit habe ich gerechnet. Und es entstand einfach ein richtig guter, solider Brawl, muss man wirklich sagen. Lediglich das Ende war ein bisschen unspektakulär. Roman Reigns hat gewonnen mit einem Spear auf so einer Art Rampe in den Zuschauerrängen. Ich hätte gedacht, dass er den Spear durch irgendetwas noch macht. Also entweder durch einen Tisch oder dass die irgendwo runterfallen von einer Anhöhe oder so. So wirkte das Match an sich spektakulär. Aber das Ende dem Match nicht entsprechend. Sprich, es war dann einfach vorbei. Das hat mich ein bisschen an so ältere Falls Con Anywhere Matches aus den 90er und 80er Jahren so ein bisschen erinnert. Wo das Match an sich immer sehr spektakulär gewesen ist und es irgendwann einfach durch einen Pinfall endete. Also das Ende eines Matches war dann immer sehr unspektakulär im Vergleich zu dem, was davor gezeigt wurde. Und so auch hier. Deswegen Top und Flop so ein bisschen. Ich fand das Match gut für das, was es sein sollte. Besser vielleicht sogar als erwartet. Ging rund 21 Minuten und kriegt von mir auch eine Wertung von 3,25 Sternen. Weil ich doch wirklich unterhalten wurde. Ja, fangen wir an oder beziehungsweise gehen wir weiter mit dem Royal Rumble Match der Frauen. Da machen wir es relativ kurz. Es ging rund 54 Minuten. Es war ein gutes Match. Die Frauen haben sich sehr viel Mühe gegeben, das alles sehr kreativ wirken zu lassen. Es waren wirklich viele dabei. Unter anderem auch Beth Phoenix kam zurück. Es gab ein paar schöne Sequenzen mit ihr und Natalia. Und ja, hat mir auch wirklich gut gefallen. Hat von mir eine Wertung von 3,5 Sternen bekommen. Und Charlotte Flair hat gewonnen. Und das nüchterte doch den Eindruck des Matches. Das Match war unterhaltsam bis gut, aber die falsche Siegerin. Also Charlotte muss in ihrem Vertrag so stehen haben, dass sie unbedingt noch ins Titelgeschehen, im Titelkampf von WrestleMania mit rein integriert wird. Ohne sie geht es anscheinend nicht, weil sie eine Flair ist. Natürlich ist sie eine fantastische Workerin. Sie ist ein fantastischer Superstar für die weibliche Division. Sie ist eine der besten Wrestlerinnen überhaupt. Dennoch, man hätte ihr doch irgendein anderes Programm geben können. Und nicht wieder um den Gürtel. Wer weiß, entweder gegen Becky Lynch oder wen auch immer. Ja, habe ich nun schon wirklich zum x-ten Mal gesehen. Und den 20. Titelgewinn von Charlotte brauche ich auch nicht. Ja, schade. Falsche Siegerin. Das nächste Match war Bayley und Lazy Evans. Haben rund neun Minuten bekommen und ging um den WWE-Womans bzw. Smackdown-Womans-Title. Hat mir nicht gefallen. Bayley in ihrer Rolle wirkt für mich überhaupt nicht. Ich war noch nie ein großer Bayley-Fan, aber selbst die Innenring-Qualität hat nachgelassen. Der Charakter wirkt überhaupt nicht, nur weil sie jetzt keine Emotionen zeigt, keine Gestik, kein Nix, kein Nagen, gar nichts. Sondern einfach nur irgendwie ganz stupide, beinahe schon dumm oder dumm aussehend reinguckt und aggressiv wirken soll. Was für mich einfach total lächerlich ist, weil das überhaupt nicht zu ihr passt. Also sie kriegt die Rolle überhaupt nicht hin, würde ich damit sagen. Und ja, Bayley hat gewonnen. Lazy Evans muss noch ne Menge leisten, muss noch ne Menge lernen im Wrestling. Sie wurde, sie wird zunehmend besser, hat man auch in diesem Kampf gesehen. Das Publikum war nicht wirklich involviert. Es gab ein paar Sequenzen, die ein bisschen holprig gewesen sind. Und letztendlich hätte ich das Match nicht gebraucht. Das war definitiv der Tiefpunkt, der Low-Point der Veranstaltung auf jeden Fall. Hat von mir auch nur eine Wertung von anderthalb Sternen bekommen. Denn das war wirklich nicht gut. Das nächste Match ging um den WWE Universal Championship. Daniel Bryan gegen The Fiend. Das Match an sich, die Strap-Stipulation finde ich fragwürdig, beziehungsweise total scheiße eigentlich. Ich mag diese Strap-Stipulations schon, aber in einer gewissen anderen Form, beziehungsweise andere Version. Ich bin ein großer Fan von dem Texas Ballroop-Match oder auch von Ketten-Match, von Doggaller-Matches. Da gab es in der Vergangenheit sehr viele, sehr brutale und schöne Matches. Aber nie gab es ein wirklich gutes Strap-Match, wo man wirklich nur diesen Strap-Gürtel benutzt hat. Da fällt mir lediglich so Rock und Triple H ein, damals in den 90ern, was halbwegs in Ordnung gewesen ist. Ja, und deswegen war es natürlich interessant zu sehen, wie sie das Match booken. Und ja, sie haben es geschafft, ein ordentliches, ein gutes Strap-Match auf die Beine zu stellen. Alleine wegen Daniel Bryan, der wirklich mal wieder gezeigt hat, was er kann. Und dass er sogar so ein Match, so eine Stipulation irgendwie vorantreiben kann in einem Match, dass es Bedeutung hat. Und auch wrestlerisch war das gut, denn so ein Strap, das hemmt einen natürlich. Man muss immer aufpassen, dass man sich nicht verheddert und so weiter. Also dafür war es wirklich gut. Ich hätte mir ein anderes Match, eine andere Stipulation aussuchen wollen, definitiv. Das wäre besser gewesen, aber sie haben das Beste daraus gemacht. Es war auch schön hart, man hat die Spuren bei Daniel Bryan immer deutlich gesehen. Von dem Strap, von dem Lederrieben. Und ja, The Fiend hat letztendlich nach 17 Minuten gewonnen. Langes Match für so eine Stipulation auf jeden Fall. Aber beide Männer konnten das Match und die Stipulation tragen. Das auf jeden Fall. Hat von mir eine Wertung von drei Sternen bekommen. Was durchaus solide gewesen ist. Das habe ich nicht wirklich kommen sehen. Ja, wie gesagt, vieles hat WWE an dieser Veranstaltung, bei dieser Veranstaltung richtig gemacht. So auch im nächsten Match. Becky Lynch gegen Asuka. In rund 16 Minuten hat Becky Lynch Asuka besiegt. Auch am Ende eine schöne Sequenz, ein Kick in die Magengrube, wo Asuka schon quasi ihr Gift gesammelt hat. Und hat es dann ausgesprüht aufgrund des Magenkicks und wurde dann zur Aufgabe gezwungen. Hat mir richtig gut gefallen. Denn generell das Match war fließend und hatte, ja, das, was Lazy Evans und Bayley nicht hatten, hatte dieses Match. Definitiv. Und ja, war gut gebookt, gut ausgeführt. Character Work von beiden auch toll. Die Feder an sich in den letzten Wochen wurde auch sehr gut aufgebaut. Asuka wurde wieder richtig gut etabliert und aufgebaut. Hat mir alles gut gefallen. Und ja, deswegen gebe ich dem Match auch dreieinhalb Sterne. Fand ich wirklich sehr, sehr gut. Dann fand natürlich das Match statt, worauf alle gewartet haben. Und zwar der Royal Rumble der Männer. Mit Brock Lesnar, die Nummer Uno, also die Nummer Eins. Der sich gegen alle 29 Wrestler behaupten wollte. Und was habe ich dieses Match gefeiert? Also es ist jetzt schon einer der besten Matches des Jahres wahrscheinlich. Äh, jedenfalls von BWE. Das waren zwei Matches in einem gepresst. Äh, ja, wie in einem, wie in einem Bollywood-Film, wo in der Mitte dann Intermission kommt. Und die zweite Hälfte sich komplett unterscheidet von der ersten Hälfte. Die erste Hälfte hat Brock Lesnar je denn dominiert. Er hat das gesamte Match komplett dominiert. Er hat einen nach den anderen rausgepfeffert. Und das in einer beeindruckenden und bestechenden Form. Das hat mir so gut gefallen. Ich war so unterhalten. Ähm, wie schon so lange nicht mehr in einem Rumble-Match. Ja, bis dato war es schon das beste Rumble-Match seit Jahren. Wirklich. Jedes Rumble-Match sollte so seine eigene Identifikation haben. Seinen eigenen Charakter. Welche Rumble-Matches merkt man sich dann wirklich? Bleiben einem im Gedächtnis. Zum Beispiel fällt mir da das Rumble-Match ein, wo Shawn Michaels und Undertaker noch mal 10, 15 Minuten ein Einzelmatch draus gemacht haben. Einer der spannendsten Finalsequenzen aller Zeiten. Oder auch, ähm, der 2001er Rumble, wo Stonko blutüberströmend Kane mit dem Stuhl rausbefördert hat. Und es gab schon viele Royal Rumble-Matches. Und ich, ähm, kann wirklich sagen, dass dieses Rumble-Match mit zu den großen, äh, Matches gehört in diesem Bereich. Definitiv. Denn es, 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 es hatte eine ganz eigene Dynamik. Einfach nur, äh, weil Brock Lesnar in der ersten, ähm, in der ersten Hälfte so dominiert hat. Und es ein Spaß gewesen ist, äh, wie er alle komplett zunichte macht. Weil es auch irgendwie, das Match war so sinnbildlich und konsequent für WWE's Booking und für den Status von Brock Lesnar und für den Status von allen anderen darunter. Es war so sinnbildlich. Am sinnbildlichsten war wahrscheinlich sogar der zurückgekehrte John Morrison, der innerhalb von Sekunden von Lesnar eliminiert wurde. Da sagte ich nur, äh, welcome back, also willkommen zurück, John Morrison. Ähm, ja, äh, in jeder anderen Situation, Raw, Smackdown, wie auch immer, wenn, äh, wenn man, wenn ich mir das Charakter-Building anschaue, oder Story-Arcs und so weiter, dann würde ich das total kritisieren. Aber da WWE ja nun mal so drauf ist, Brock Lesnar, ähm, so zu pushen, alle anderen D zu pushen, also eben nicht zu pushen. Oder eben, ähm, ähm, äh, auch wirklich offensichtlich in den Shows zu zeigen, das ist der Stand von dem und das sind, äh, ist der Stand von den Rest. Äh, äh, das hat man in diesem Match so, so deutlich gezeigt und so konsequent und so sinnbildlich, dass ich das total abgefeiert habe. Äh, äh, immer, also ich würde das ansonsten kritisieren, ja, aber hier konnte ich das nicht kritisieren, weil, ähm, ja, sie haben sich wirklich in die eigene Tasche gespielt, aber das ist eben unfassbar positiv. Ja, ich hoffe, das kommt irgendwie rüber, was ich, äh, meine. Ähm, genau. Und dann kam aber Drew McIntyre und er hat Lesnar rausbefördert mit seinem Kick, mit seinem Claymore-Kick, was eine richtig, richtig geile Sequenz auch gewesen ist. Die Fans waren so unterhaltend, wirklich, die, die haben getobt das ganze Match, äh, über, fand ich großartig, hat riesigen Spaß gemacht. Und dann folgte halt die zweite Hälfte des Matches und zwar wurde dann eben ein richtiger Royal Rumble gebockt mit mehreren Personen im Ring. Und so hatte man von beidem so das Beste. Bork Lesners Dominanz, der wirklich eine tolle Leistung abgerufen, äh, hat und länger im Match stand, als ich ihm zugerichtet hatte. Ich hab's schon beinahe befürchtet, dass, dass er lange im Match bleibt, weil eben jeder denkt, okay, er wird nur zwei bis fünf Minuten im Ring stehen. Aber, ja, fand ich geil. Ähm, und ja, das fand in der zweiten Hälfte ein, äh, ein zweites Match statt, sozusagen. Und zwar, äh, wurde es wirklich zu einem Rumble-Match. Und auch das war sehr unterhaltsam. Klar, ähm, am Anfang hatte ich Angst, weil die Publikumsreaktionen ein bisschen ausgelaufen sind, dass sie nicht mehr den Drive wiederfinden, nicht mehr die Dynamik wiederfinden. Aber sie haben eine ganz andere Dynamik wiedergefunden. Und, äh, die Fans wurden dann auch wieder wacher, weil eben auch die großen Schwergewichte dann gekommen sind. Und unter anderem der zurückgekehrte Edge, was wahrscheinlich den größten Publikums, die größte Publikumsreaktion gewesen ist, äh, beim Royal Rumble, äh, in einer tollen Form. Aber alt ist er geworden, das muss man schon sagen. Und er hat dort wirklich eine tolle Leistung abgerufen, mit Spears ohne Ende und auch seine Ausstrahlung, wie er die Aktion verkörpert hat. Man hat die ganze Zeit gemerkt oder gesehen, dass er schon beinahe wirklich stirbt, ja, äh, weil er die Aktion wirklich verkauft hat. Vielleicht auch aufgrund seines Alters, aber er ist einfach ein Vollprofi und man hat einen deutlichen Unterschied gemerkt. Einfach nur vom Selling her, äh, wenn man sich Edge angeschaut hat und halt die meisten anderen, ja. Fand ich klasse. Auch, äh, Rated RKO, also Randy Orton kam dann und dann wurden Erinnerungen wachgerufen, weil die beide waren ja mal ein echt, äh, erfolgreiches Tag-Team. Äh, damals haben sich zwei große Einzelwrestler, große World Champions zusammengeschlossen und haben ein Team gebildet. Das war schon eine coole Nummer und auch hier haben sie das wieder, ja, so Revue passieren lassen. Es gab wirklich richtig, richtig gute Sequenzen, ähm, auch, äh, Case Lee hat, äh, war in bestechender Form und hat, äh, sich gegen Lesnar behaupten können, als Lesnar noch drin gewesen ist. Ja, äh, was, was, was kann man da sagen? Äh, äh, das Match ging rund 60 Minuten und am Ende konnte Drew McIntyre auch noch, äh, Edge und, äh, beziehungsweise Roman Reigns, äh, eliminieren und wurde der, äh, ja, Royal Rumble-Sieger und fährt zu WrestleMania gegen den Champion Brock Lesnar. Ja, hoffentlich, denn auch als, äh, Drew McIntyre Lesnar rausgefeuert hat, haben die beide sich schon die ganze Zeit angeschaut und, äh, ja, da war, das hat geprickelt. Das war richtig, da, dream match in the making, auf jeden Fall. Drew McIntyre vs. Brock Lesnar, Bucket, WWE, schon längst überfällig. Das war genau der richtige Zeitpunkt für Drew McIntyres Push. Äh, wenn er jetzt nicht gewonnen hätte, dann hätte ich das Match jetzt auch schlechter bewertet. Wenn zum Beispiel Roman Reigns gewonnen hätte, ähm, ich hätte das nicht gewollt, weil Roman Reigns gerade in einer eigentlich ganz guten Position ist, weil er vom Publikum endlich angenommen wurde und er bejubelt wird, von den meisten jedenfalls und eben nicht immer im Titelgeschehen sein muss. Er braucht diesen Titel ja auch nicht, um zum Beispiel das Gesicht von WWE zu sein oder um die Zuschauer in die Halle zu ziehen. Er braucht nicht der Champion sein und er hat schon den Rumble gewonnen. Er braucht diesen Push einfach nicht und somit hat er jemand anderen gepusht. Äh, so eine Art Fackelübergabe kann man sagen. Auch wenn Roman Reigns natürlich noch im, wirklich absolut im Saft steht und da man nicht sagen kann, okay, er wird demnächst aufhören und er muss irgendwie irgendeine Fackel überreichen. Ganz und gar nicht. Aber, ja, ich fand es einfach, es ist, es war die richtige Entscheidung, ähm, Drew McIntyre jetzt zu pushen, ihn den Sieg zu geben. Roman Reigns eben nicht, damit er eben nicht wieder, äh, diesen Backlash bekommt von den Fans, die sagen, oh, jetzt wird er wieder in den Himmel gepusht. Äh, und dann buhen sie ihn wieder aus. Das will ich für Roman Reigns nicht, das will ich für seinen Charakter nicht und ich will es auch für Drew McIntyre nicht, dass er, ähm, wieder sich hinten anstellen muss. Und deswegen war es die richtige Entscheidung. Ich hab mich gefreut. Es war das beste Rumble-Match seit Jahren und deswegen gebe ich auch die Wertung von vier Einviertelsternen. Einviertelsternen. Ich hab mir dieses Match sogar ein zweites Mal heute Morgen angeschaut, beziehungsweise als ich aufgestanden bin und das tue ich bei WWE eigentlich nicht mehr, äh, tue ich wirklich nicht mehr, weil ich das alles nicht mehr so toll finde. Aber man muss sagen, dass nicht nur das Rumble-Match, ähm, überraschen konnte, beziehungsweise wirklich deliveren konnte, sondern auch die gesamte Großveranstaltung. Es war einer der besten Rumble-Pay-Per-Views der letzten Jahre. Es war das beste Rumble-Match der letzten Jahre und bin mit einem sehr positiven und glücklichen, beziehungsweise zufriedenen Gefühl rausgegangen. Und, äh, ja, jetzt kann WrestleMania kommen. Davor kommt noch Elimination Chamber und der Saudi-Arabien-Pay-Per-View. Mal gucken, wie das da so läuft. Und ich kann nur sagen, Hut ab WWE. Die haben eine richtig gute Veranstaltung gebookt und ich freue mich oder bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Das Potenzial ist da. Schon in den letzten Wochen, gerade in Raw, hat sich, äh, hat sich das irgendwie alles sehr frisch und sehr dynamisch, äh, angefühlt, wie sie Raw booken. Hat mir gefallen, gerade in den letzten zwei, drei Wochen. Und beim Rumble wurde das konsequent weitergebuckt und alleine das Rumble-Match war das bestgeschriebenste, bestgebuckteste und ausgeführteste Rumble-Match seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren. Und auch generell, das gesamte Booking vom Rumble war konsequent gut. Und, ja, deswegen verabschiede ich mich jetzt mit einem sehr positiven Gefühl. Schaut euch WWE Royal Rumble an. Für gewöhnlich sage ich das nicht. Für gewöhnlich sage ich, äh, ja, ihr könnt, äh, den und den Pay-Per-View oder die und die Show skippen. Aber nein. Schaut ihn euch an. Ihr werdet damit hoffentlich Freude haben, so wie ich. Ich hab ihn abgefeiert und, ja, ich bin gespannt, was noch so kommt bis WrestleMania. Und jetzt verabschiede ich mich, äh, liked, kommentiert, äh, wie euch der Pay-Per-View gefallen hat und abonniert den Kanal. Und, ja, auf Wiedersehen.